Chemie ist die Lehre von der Stoffumwandlung und mit meiner Arbeit entwickeln wir Katalysatoren, die Stoffumwandlungen beschleunigen bzw. auch Steuern helfen. Besonders interessiert mich momentan das Gebiet der CH-Bindungsaktivierung, weil wir in die Lage versetzt werden, komplexe Moleküle selektiv an einer Stelle zu funktionalisieren und dadurch dann zu Molekülen mit verbesserten Eigenschaften zu kommen. Katalyseforschung ist eine Zukunftstechnologie. Insbesondere in Zeiten von Rohstoffknappheit kann die kostengünstige Herstellung von chemischen Produkten ein sehr großer Wettbewerbsvorteil sein. Unser Motto ist Passion for Science und das leben meine Mitarbeiter zusammen mit mir.